Ja, bitte, wer ist da? Sie ist heute in der Stadt. Sie will sie sehen. Ihre Tochter wurde gestern vorhin gerichtet. Dieses Jahr haben wir das 40. Jubiläum der islamischen Revolution. Diese Frau hat viele Menschen verraten. Sie ist erst vor kurzem als Flüchtling hierher gekommen. Ist sie das? Ich kenne nur ihre Stimme. Wie ist das möglich? Das ist eine Falle. Keine Falle! Alle an die Deutschland und alle Hände hinter den Kopf! Wir wollen nur Vergeltung für Mithras Blut, verstehen Sie? Ist deine Mama zu Hause? Sind sie Iranerin? Darf ich vorstellen? Mein Bruder. Hab ich sie nicht schon mal irgendwo gesehen? Bist du jetzt Meisterdetektivin? Wie hast du sie gefunden? Ist die einfach aus dem Nichts aufgetaucht? Durch die Organisation. Du kennst diese Leute nicht so wie ich. Hast du mich verstanden? Und was ist mit ihm? Haben sie auch Kinder? Vorsicht! Folgen sie uns? Nein, nein. Du willst es also nicht sein lassen. Und für all dein Leid willst du keine Rache? Das verstehe ich nicht. Was wissen sie denn über mein Leben? Was ist eigentlich los mit dir, Weibsbild? Was hab ich getan, Weibsbild? Was hab ich getan?